ja heute ist mittwoch der 13.9. und vorgestern am montag da hat hillary clinton ihr neues buch rausgebracht und das heißt what happened natürlich was happened ist einfach nur also sorry ob der kai ebel noch mal irgendwie hier bestellt hat er bestimmt sich das gesichern lassen oder nicht what happened hat er noch immer in der boxengasse gefragt als das irgendwie war wird das überhaupt noch rtl gezeigt formel 1 keine ahnung interessiert ja auch kein mensch diese benzinverschwendenden vollpfosten rasenmäher motoren da irgendwie umkreis fahren jetzt mindest mich nicht ja also what happened ja und das buch ist natürlich eine abrechnung mit allen die schuld sind dass sie nicht präsidentin geworden ist außer sich selber natürlich ist ja schon völlig klar und deswegen halt auch mal eine überschrift für dieses video hillary und die spd zwei doofe ein gedanke alle sind schuld nur die jeweilige partei beziehungsweise millary nicht und wer alle schuld ist komi putin sanders wikileaks also assange bernie bros als völliger ist natürlich völliger bullshit halte also nehmen wir mal das einzige wo ich hier so ein bisschen zustimmen kann aber das ist wirklich nur so das hat so das war so das hat so den aller allerletzten schuss vielleicht gegeben das war die sache mit komi ja dass der dann noch mal eine woche vorher noch mal gesagt hat naja wir gucken jetzt doch noch mal genauer hin ob bei dem bleibt ob bei penis wiener nicht irgendwie doch noch irgendwo irgendwas drauf ist auf seinem laptop oder so weiter war natürlich nicht und das war das ich wette das war komi ja völlig klar das ist halt dann ja okay aber wenn das denn auch die ausschlag wirklich gegeben hat wie kann man gegen den gegen jemanden verlieren der in dem und bei der wahl ein nur 37 prozent zustimmung hatte indem man selber noch weniger zustimmung hat und woher kommt das das wie gesagt dafür macht sie dann ja zum beispiel bei nicht sein dass der wäre zu hart mit ihr ins gericht gegangen ich war ja der meinung der essen nicht hart genug mit ihr ins gericht gegangen er hätte sie dann immer auch wegen ihrer wahlkampf spenden immer angegriffen ja weil das war auch ein grund sich sie anzugreifen dass sie gelder ständig von goldman sex und sowas kassiert wie kann man denn ernst nehmen dass jemand der der irgendwie pro stunde 200.000 dollar von goldman sex kassieren irgendwas gegen goldman sex und gegen die banker irgendwas macht natürlich nicht ist doch völliger quatsch da sieht sie natürlich nicht so okay nur und aber das hätte dann donald trump überhaupt erst die möglichkeit gegeben sie da sie als korrupt zu brandmarken okay also jetzt mal ganz ehrlich ich wette auf die idee werden die auch gekommen außerdem ist doch sowieso bei hat man schon sowieso egal der lügt halt sowieso wie gedruckt selbst wenn bernie sanders das ist das nicht wahr gewesen wäre hätten sie das gesagt so und dann natürlich assange also dass man diese e-mails veröffentlicht hat unglaublich das sind dann die e-mails wo sich die dnc das ist ja das ist ein bisschen anders als in deutschland dann halt dnc ist im grunde genommen die parteispitze die den wahlkampf organisiert weil man ja vorher diese primary macht also das heißt es gibt vorher einen innerparteilichen wahlkampf da wird da praktisch der beste kandidat gesucht und der tritt dann im präsidentschaftswahlkampf an und damit dieser innerparteiliche wahlkampf halbwegs fair abläuft gibt es diese dnc das problem ist dass diese dnc und das gestand dann in diesen e-mails eben drin nicht fair waren das heißt dass sie die sachen auf hillary clinton zugeschnitten hat sei es mit geldern sei es dass ihr zum beispiel fragen von donna brazil die war in diesem die in diesem vorstand mit drin war aber auch automatisch auch bei cnn angestellt die hat hillary die fragen vorher gegeben die sie gefragt werden sollte zum beispiel und dass man ganz klar versucht hat hillary gegen bernie sanders zu positionieren einmal mit dass diese sei dass diese debatten zum beispiel erstmal gab es total wenig davon nur zwischen diesen beiden und warum weil hillary dann natürlich jedes mal schlechteren aussah weil sie ist die schlechtere kandidatin gewesen also und dann wann wurden dann diese debatten gesendet immer dann wenn kaum jemand zugucken wollte zum beispiel wenn auf einem anderen programm ein footballspiel lief die die republikaner die hatten 56 debatten die demokraten haben sich versteckt mit den debatten so dann sexismus vorwurf also wie man bernie sanders sexismus vorwerfen kann das versteht auch nur jemand der irgendwie die hillary brille auf hat weil das ist genau der senator der seit 30 jahren gegen sexismus kämpft es ist völlig absurd und solche sachen wie zum beispiel dass zum beispiel der washington post die hier so liberal ist auch gute 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 irgendwie 17 innerhalb von 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 24 stunden 17 negative artikel hinter bernie sanders sind dann weg standen nachdem er drei hinter drei primaries hintereinander gewonnen hatte das ist ne ganz klar gezielt und gestreut damit man hillary als als kandidatin aufstellen konnte das haben die leute auch mitbekommen hillary ganz simpel das haben die menschen mitbekommen dass das kein faires rennen war das haben die leute mitbekommen und deswegen warst du noch unbeliebter als zu beginnen wäre das ein faires rennen gewesen hätte sie wahrscheinlich gegen trump gewonnen aber das war kein faires rennen und das haben die leute mit beschnitten so und als es dann zum wirklichen wahlkampf kam in den staaten in denen sie wirklich die wahl verloren hat nämlich wisconsin michigan und minnesota entschuldigung pennsylvania das waren genau die bundesstaaten in denen sie keinen wahlkampf gemacht hat weil muss ich ja nicht gewinne ich ja eh da mache ich lieber wahlkampf da wo ich glaube dass es eng werden könnte dass ich dass ich irgendwie was abknapsen könnte von trumps vorsprung die anderen gewinne ich ja eh also diese arroganz die sie auch den gesamten wahlkampf sowohl bei der primary als auch im normalen wahlkampf an den tag gelegt hat dieses entitlement von wegen also ich bin jetzt mal dran das da sehen wir doch wohl alle so ich bin jetzt mal dran das hat sie an den tag gelegt und genau das hat ihr die wahl gekostet das ist aber keine chance so jetzt komme ich zurück zur spd endlich mal damit wir jetzt mal wieder innenpolitisch dann halt drunter sind die spd eiert immer noch rum es sind immer noch genau die gleichen flitzpiepen da wie oppermann wie gabriel ja wie hubertus heil den sie extra wieder zum wahlkampf manager gemacht haben nachdem er 2009 so einen geilen job gemacht hat und das schlechteste ergebnis aller zeiten eingeführt hat eingefahren hat entschuldigung zur belohnung dafür dass jetzt noch mal machen und gucken ob er sich noch mal unterbietet die machen seit 2005 den gleichen wahlkampf immer wieder den gleichen blödsinn immer wieder den gleichen schwachsinn so und wenn katja kipping sagt die achillesferse der spd ist die fehlende glaubwürdigkeit richtig das ist es genau das war die achillesferse von hillary clinton die fehlende glaubwürdigkeit man hat ihr nichts geglaubt weil alles was sie getan hat hat dem widersprochen was sie gesagt hat so und spd wenn ihr es ernst meint und endlich mal wieder fort aufnehmen wolltet dann müsst ihr mehr glaubwürdigkeit an den tag legen deswegen hatte ich gesagt als schulz da propagiert wurde als als kanzlerminister und das hat man ja auch sofort gesehen dass seine umfragewerte nach vorne kam als er ein bisschen angedeutet hat man müsse die agenda 2010 mal ein bisschen reformieren der hatte damit wenig zu tun klar hat er damit eine ganze menge zu tun gehabt im europaparlament und da ich hätte auch da ja schon gesagt sein verhalten im europaparlament in diesen fragen der neoliberalen politik sind jetzt nicht besonders vielversprechend aber er hat direkt mit der agenda 2010 nichts zu tun gehabt er ist der erste von diesen ganzen kanzlerkandidaten Steinmeier, Steinbrück die hier mal eine chance hätten dass sie einen wahlkampf führen indem sie die leute davon überzeugen dass es hier jetzt mal anders läuft bei der spd aber es gibt wieder nur also es gibt erstmal gab es gar keinen wahlkampf bis vor zwei wochen der hat sich ja sogar auch in den länderwahlkämpfen komplett zurückgehalten Nordrhein-Westfalen war ja nicht zu sehen und in schleswig-holstein hat er den von albig halt sabotiert indem er dem naivität und weltfremdheit vorgeworfen hat wie kann man das tun aber davon mal abgesehen man wird mit diesem personal keine glaubwürdigkeit hinbekommen und ich wurde ja ich wurde vorgestern das wird wahrscheinlich nicht passieren unter 20% und solange es unter 20 solange es noch über 20% ist ist anscheinend für diese Leute wie Oppermann alles okay was natürlich völliger Blödsinn ist selbstverständlich ist nicht alles okay den Eindruck könnte man aber haben außerdem wird ja schon derbe auf eine neue große Koalition zugearbeitet also nur als Beispiel womit sich Merkel hier bei diesem Wahlkampf total schmückt sind SPD-Sachen sie schmückt sich damit dass die Agenda 2010 so toll gelaufen ist also erstmal die ist total scheiße gelaufen habe ich ja schon nur tausendmal erklärt aber sie ist davon ja nicht abzubringen es ist eine SPD-Sache damit sie nichts zu tun gehabt sie schmückt sich mit dem Mindestlohn den ihre Partei bis aus Blut bekämpfen wollte sie schmückt sich damit in der Wahlarena gerade erst jetzt gerade erst in der Wahlarena dass sie sagt ja wir haben hier bei den Riester-Renten das haben wir abgeschafft dass die bei der Grundsicherung dazu gezählt werden ist erstmal komplett völlig falsch und das ist vor allem deswegen falsch die SPD wollte das so aber die CDU hat das so kastriert dass es eben nicht richtig ist was sie da sagt entweder hat sie ihr eigenes Gesetz nicht verstanden oder sie lübt ganz einfach und bei dem Mindestlohn ist doch genau das gleiche es wurde jetzt zwar ein Mindestlohn eingeführt den sie jetzt hoch den sie sich an ihren Hut steckt als Erfolg der aber nicht flächendeckend ist sondern so ein Flickenteppich ist dass genau die Leute die eigentlich auf den Mindestlohn angewiesen sind ihn nicht bekommen so jetzt ist es halt einfach so ja die Reallöhne steigen ja wieder ja sie sind trotzdem auf dem Niveau von 1995 nur weil sie jetzt mal ein bisschen steigen sind wir trotzdem immer noch auf dem Niveau von 1995 so und da wundert man sich dass die Mieten mehr als zum Teil mehr als 50% der Einnahmen betragen was halt gar nicht geht normalerweise sagt man höchstens ein Drittel mehr kann man wenn die Miete mehr als ein Drittel ist dann kann man sich den ganzen anderen Resten nicht mehr leisten in seinem Leben und vor allen Dingen man sieht bei besserverdienenden da ist die Miete bei 12 bis 13% bei den Leuten die auf günstige Wohnraum angewiesen sind beziehungsweise auf Löhnen die hoch genug sind damit sie sich diese Miete leisten könnten da ist es bei fast 50% all das ist Merkel und das hat was mit dem Bundeslohn zum Beispiel auch zu tun so aber die SPD Merkel verkauft diese Sachen als Erfolg warum? weil die SPD als Junior Partner in der Großen Koalition ist und jetzt wollen sie wieder in die Große Koalition oder was wie soll denn Wahlkampf gemacht werden wenn man wieder vier Jahre lang die paar Erfolge die man auch noch hat praktisch dem politischen Gegner auch noch schenkt dass der damit Wahlkampf machen kann es will nicht in meinen Kopf es will nicht in meinen Kopf aber da sind halt Hillary Clinton und die SPD komplett gleich es haben immer die anderen Schuld und Konsequenzen die werden daraus nicht gezogen natürlich wird ein Oppermann weiterhin Fraktionsvorsitzender sein diese Schnarchnase natürlich gibt es immer noch eine Schäfer Gümbel und es wird immer noch eine Nahles geben und natürlich immer noch ein Gabriel und Olaf Scholz wird seine rechte Propaganda aus Hamburg immer noch raus blöken erst wenn diese Menschen weg sind und Olaf Scholz endlich mal die Fresse hält dann gibt es eine Chance für die SPD aber dann müsste sie mit der Linkspartei und da sind sie ja immer noch von wegen der immer noch als Verräter werden die immer noch angesehen bei solchen Leuten wie Oppermann bei solchen Leuten wie Olaf Scholz das sind SPDler die ausgetreten sind aus der SPD wegen der Agenda 2010 und das sind für diese Leute Verräter und deswegen sind die so knatzig deswegen wollen die auf keinen Fall mit denen zusammenarbeiten Katja Kipping hat vollkommen recht wenn sie sagt die Achillesferse der SPD ist die fehlende Glaubwürdigkeit und die kann es nur geben wenn ein komplett neues Personal da oben ist mit der Gäste